so und herzlich willkommen zurück zur folge Nummer 61 im Wochenenden Vorbereitung für den Kampf gegen den Willer und ja heute denke ich mache ich mir erst mal schön tränke sehr wichtig um aber das bräuchte erst mal ich zieh mal wo es muss ja ich habe so eine Unordnung hier drin 30 sind daran 30 daran ich brauche nämlich Glas hier ähm Feuerschutztränke ich brauche ich eigentlich ein muss ich mir danach vielleicht ein ein müssen nach trinken so das auch noch so ein hier und da muss dann eine Niederwarze rein dann Lohnstraub den hatte ich hier hinter mir noch ein bisschen was an der Zeit muss ich mir noch ein paar Glasflaschen unbedingt bauen ich brauche einfach einiges an den Stärke 2 tränken muss ich mir machen dann muss ich mir noch mal kurz anschauen was mein bestes Schwert ist mit dem dann auch kämpfen gehen oh gebracht hat mir das jetzt nichts naja ich kann es so und dann in den Stärke 2 trank äh in den Stärke trank müssen wir für Stärke 2 Glowstone rein rein und jetzt nur noch die ich hatte irgendwo Glowstone das war da ist Glowstone mittlerweile habe ich schon so ein bisschen Grundordnung wo was ist weil ich es einfach so oft schon gesehen habe aber wenn man es sich von außen anschaut ich glaube man wüsste einfach nirgends wo was ist nirgends ein Stärke 2 trank habe ich TNT brauche ich nicht Dreadstone Fackel brauche ich nicht normale Fackeln könnte ich gebrauchen da müsste ich auch noch irgendwo was haben wenn nicht mache ich mir natürlich einfach mal schnell welche das ist ja jetzt auch kein großer Akt ist ja jetzt auch kein großer Akt ist ja jetzt auch kein großer Akt so komm manchmal eben Stack Fackeln manchmal eben Stack Fackeln so sollte auch dann passen so sollte auch dann passen den Rest an Kohle kann ich auch nicht gebrauchen den Rest an Kohle kann ich auch nicht gebrauchen aber Stärke 2 tränke ist schön ich möchte nochmal die Nederwarzen nehmen die drei Wasserflaschen rein dann habe ich hier meine Pfeile meiner Restlichen also nicht Restlichen aber die wo ich noch hab jetzt muss ich kurz niesen und da drücken jetzt muss ich kurz niesen und da drücken hu hua es wird brenzlig aber es sollte gehen ja es passt 21 Pfeile und nur noch 21 Pfeile passt dann habe ich halt nur 21 Pfeile und nur noch 21 Pfeile passt und hier kommt Buchstab rein hier hier die Diamanten die Diamanten den kann ich dann nach die du gehst erstmal hier rein Eisenerzknochen Eisenschau äh die Schaufen nicht mehr mit genau so wie die hier kann ich ja vielleicht nochmal für irgendwas brauchen ich bin hier dann muss ich mich jetzt sehen hier und ich bin ganz dran brauche ich nicht ja ich werde den Kerl einfach mal so versuchen entweder nicht das oder das ist schwer Und was habe ich denn noch? Schärfer, Rückstoß, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber jetzt muss ich erstmal die nochmal raus holen. Nein, nicht den drauf, das hier. Da ich, ja, einfach mal schön einiges an Trinken brauchen werde. Essen habe ich. Dann möchte ich die dreimal hier rein. Nein, ich muss nämlich noch ein paar Heiltrinken, werfbare Heiltrinken machen, weil die können dem auch Schaden machen. Das heißt, für Heiltrinken bräuchte ich einen Lohn. Das ist ein Problem. Wirklich ein Problem. Da ich keine Melone habe, kann ich auch keine Heiltrinken machen. Pech jetzt für mich in dem Fall. Und dann. Hier, wo das Skelett Seelensand passt. So. Und dann habe ich jetzt auch genügend. Also auf jeden Fall genügend. Dabei. Und dann habe ich auch noch ein paar Heiltrinken. Ich kann mir Regenerationstränke machen. Das wäre eine Möglichkeit. Gasträne. Und dann Glowstone Drown. Stärke 2. Schönen. Meine Gasträne habe ich hier noch. Nur noch mal ein paar Fläschchen. Und da werden noch eine Wasserflasche. Dann haben wir noch zwei Beereflaschen. Dann hole ich mir noch mal schnell Wasser. So. Schön. Und gehe dann hier zurück. Pack die Wasserflaschen hier rein. Mit einem Vanillawatz. So. Vanillawatz. Und. Dann muss ich die Gas dränen. Und dann. Ein Glowstone drauf. Für Regeneration. Damit ich nicht ganz so schnell abkratzen werde. Und dann. So. Was bringt die Verzauberung Bann eigentlich? Jetzt google ich mal schnell. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da. Schwer. Im Bann. Ja. Wo bin ich denn? Ich will sagen. Zombies. Zombies. Zombie. Big Manus. Skelett. Okay. Passt. Dann. Weiß ich das auch. Das macht. Bis mehr Schaden gegen Zombies. Und so weiter. Dann pack ich die Gas dränen rein. Ich nehme wirklich selten mehr Gas dränen. Also. Ein nur die drei. Tränke und dann fahre ich ganz am Ende nochmal Closed on drauf. 34 von den Dingern habe ich genaut, das ist ja krass. Also an Loon Loot habe ich auf jeden Fall genügend. Und ja, egal. Die sind 5 Sekundenreaktions- Tränke und jetzt meine Reaktions-Zwei- Tränke. Pfeil links oben rein, Fackel hier mal rein. Also das brauche ich jetzt eigentlich nicht mit dem Schwert. Spalten einen Platz. Zwei Stärke- Tränke, den nehme ich kurz davor. Und dann noch Regulations- Zwei- Tränke. Das passt. Dann gehen wir mal eben runter. Schauen mal eben auf die Zeit. Es sind schon bei 10 Minuten. Ich würde mal sagen, dann laufen wir einfach da runter. Und bereiten uns da unten dabei mal vor. Ja, ich muss eh noch ein bisschen den Steinern erfahren. wenn ich das gerade hier so sehe. Da in meinem Video was vergessen habe oben. Aber naja. Ich habe ja eine Spitzhacken dabei und ich brauche nicht viel Stein. Mir reicht, wenn ich nachher sechs Stein habe. Jo. Wie viel habe ich jetzt? Das klappt noch nicht genügend. 32. Ah, nehm ich die hier. Die Wand auch noch mit. So, hier. Die Wand nehme ich natürlich auch noch mit. Bis dahinten geht's. Genau. Hier schön ist unterm schön ganz unten. Jetzt muss ich hier nur hier so ein bisschen ausdecken, damit ich nicht ganz so tief immer da ich nicht ganz reinfalle und die Löcher nicht mehr rauskommen während ich angegriffen werde. Das finde ich katastrophal. Naja. So. Und dann wäre ich jetzt auch soweit. Die muss ich mir jetzt mal hier drin behalten. Den Seelensand baue ich hier auf. So. Seelensand war drei Wilderskelettkapfe. Soll ich jetzt noch der Folge machen und dann die kompletten nächste Folge anfangen. Ich würde sagen, dann beende ich jetzt hier die Folge und mach das in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, bis wir den wiederbezwingen werden und tschau. Ja. Hm. Da 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 da. In der 60. Folge habe ich jetzt endlich den dritten Wilderskelettkopf. Jetzt aber so schnell wie möglich. dich.